Die RegioIT steht für Digitalisierung. Wir vernetzen Menschen und Institutionen, Verwaltung und ganze Regionen. Überall wo digitale Infrastruktur gefragt ist, ist auch die RegioIT. Wir wollen Bürgern und Bürgerinnen das Leben vereinfachen und Helfer sein für die kleinen und großen Probleme im Alltag. Dabei arbeiten wir meist im Hintergrund, oft ohne dass sie mitbekommen, dass wir tagtäglich an ihrer Seite stehen. Die RegioIT steckt in Nordrhein-Westfalen in vielen Verwaltungsdienstleistungen drin. Wenn Sie zur Kreisverwaltung gehen, um ein Auto anzumelden, wenn Sie in Ihr Rathaus gehen, um einen Personalausweis zu verlängern oder vielleicht den Nachwuchs anzumelden, läuft das Ganze in der Regel über die Serversysteme der RegioIT, über die Leitung zu den entsprechenden weiteren Behörden. Das erleichtert, dass wir leben insofern, weil wir diese Verwaltungsdienstleistungen mittlerweile deutlich digitalisieren. Das heißt, wie ich es gerade gesagt habe, der Gang zur Kreisverwaltung, der Gang zum Rathaus wird immer weniger werden, so dass Sie das zu Hause mit Ihrem digitalen Personalausweis, mit Ihrer digitalen Identität von zu Hause eigentlich zu jeder Zeit, Tag und Nacht erledigen können. Thomas Neukirch ist Leiter der Business Unit kommunaler Anwendungen. Der Diplom Wirtschaftsingenieur ist Mitglied der Geschäftsleitung und in Siegburg verantwortlich. Und so Neukirch, um unsere Dienstleistungen weiter stetig verbessern zu können, brauchen wir ihre Hilfe. Trotz aller Technik, die Menschen machen es. Wir brauchen gute Bewerberinnen und Bewerber, wir brauchen gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Davon können wir gar nicht genug haben. Wir freuen uns über jede Bewerbung. Und da wir eine sehr gute Personalabteilung haben, kriegen diese Bewerber auch zeitnah eine Rückmeldung. Und persönlich freue ich mich auf viele, viele gute Vorstellungsgespräche. Über 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt die RegioIT an den Standorten Aachen, Gütersloh und Siegburg. Und denen bieten wir anspruchsvolle Aufgaben, kollegiale Teams und ausgezeichnete Chancen zur persönlichen und fachlichen Entwicklung. Die RegioIT ist ein innovatives, kundenorientiertes Dienstleistungsunternehmen auf dem Gebiet der Informationstechnologie, das sich ebenso durch eine nachhaltige und familienbewusste Unternehmenskultur auszeichnet. Und auch sie können Teil unseres Teams werden. Die Leistungsfähigkeit Deutschlands, die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft in Deutschland, Nordrhein-Westfalen, hängt von einer starken Verwaltung ab, einer leistungsfähigen Verwaltung, einer schnell arbeitenden Verwaltung. Und damit sind Sie natürlich als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der RegioIT ein Stück der Infrastruktur, die dieses Land lebenswert macht. Sind Sie engagiert und fachlich kompetent? Sie suchen die Herausforderung und möchten sich aktiv in die Entwicklung eines expandierenden Unternehmens einbringen? Dann bewerben Sie sich jetzt! Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF, 2020